Wollt ihr mal sehen wie es aussieht wenn jemand cheatet? Also nicht ich. Und sterben. Und sterben. Wird gesichert. Sie überlaufen! Diese Positionen eingehen! Charlie wird gesichert. Feindliche Cobra im Anflug. Feindliche Aufklärungsbarone gesichert. Unsterblich. Getroffen aber unsterblich. Wir werden den Granatwerfer. Ich kann durch Wände ballern. Wird gesichert. Wird gesichert. Das ist ein Tor. Wird gesichert. Das ist ein Tor. Schnell. Aber das ist ein Tor. Wird gesichert. Das ist eine Entscheidung. AIMBOT. Keine Chance. So ein Stück Scheiße. So ein Stück Scheiße. So ein Stück Scheiße. So ein Stück Scheiße. Hat man da noch Worte? Durch eine Wand. Genau. Ja. Unmöglich. Jetzt wurde er von EMP getroffen. Feindliche Elektronik ausgeschaltet. Wir wurden besiegt. Und dann ist er so schlecht und lässt sich selber noch abschießen. Ja, also ihr seht. AIMBOT bedeutet nicht, dass er unsterblich ist. Nicht zwangsläufig. Aber, naja. Jetzt nicht selber. Direkter Treffer ins Gesicht mit dem Raketenwerfer und stirbt nicht. Was soll man dazu noch sagen? Ich crowbär. Es wird darum schτεilt, wie es ganz, die ist gut gemacht wird.